Unser Kerngeschäft ist die Trinkmilchabfüllung. Wir verarbeiten etwa 200 Millionen Kilogramm Milch im Jahr und 150 Millionen davon werden aus Trinkmilch abgefüllt. Hauptsächlich Biomilch, konventionelle Milch und dann eben die Weidemilch. Die Weidemilch kommt seit zwei Jahren sehr gut an bei den Kunden und sie wird verstärkt nachgefragt. Bei der Weidemilch können wir unseren Kunden garantieren, dass die Kühe, die diese Wirke geben, auch wirklich auf der Weide laufen im Sommer. Da gibt es klare Voraussetzungen, die die Landwirte erfüllen müssen, um in dieses Programm einsteigen zu können. Unsere Weidemilch ist so erfolgreich, weil wir sie regional produzieren. Eine Voraussetzung ist, dass die Betriebe nicht weiter wie 30 Kilometer von der Küste entfernt beheimatet sind. Die Kühe müssen mindestens vier Monate im Jahr, sechs Stunden am Tag draußen laufen auf der Weide. Die Weidemilch wurde von unseren Kunden nachgefragt. Wir haben dann mit unseren Bauern gesprochen, ob sie diese Milch dann auch erzeugen können. Und wir haben sehr viele Landwirte, die die Kühe regelmäßig im Sommer draußen laufen haben. Insofern konnten wir diese Milch dann auch sehr kurzfristig bei unseren Landwirten abholen und unsere Meierei verarbeiten. Das Feedback unserer Kunden zum Thema Weidemilch ist durchaus positiv. Kühe auf der Beide haben ein sehr gutes Image und das kommt in der Bevölkerung sehr gut an. Neue Produkte werden meist mit den Kunden zusammen entwickelt. Die Idee kommt dann entweder von der Meierei selbst oder vom Kunden. Und wenn dann ein Produkt entwickelt werden soll, dann sind die Entscheidungsprozesse in unserer Meierei auch sehr kurz und es wird dann auch mit den Bauern zusammen auf den Markt gebracht. Die Herausforderung liegt auch darin, unsere Landwirte mitzunehmen, wenn wir die neuen Milchsorten entwickeln. Denn die Landwirte müssen die Bestimmung umsetzen, damit wir diese Milch dann auch in den Markt bringen können. Der Gewinn für unser Unternehmen ist natürlich, dass wir immer am Markt bleiben, vorne dran. Und als zweite ist, dass wir für unsere Landwirte einen guten Milchpreis schaffen. Unser Festpreismodell ist eine ganz neue Entwicklung. Wir sind wohl mit die erste Meierei in Deutschland, die das für die Landwirte machen kann. Wir bieten unseren Landwirten einen Festpreis an, der von der Leipziger Börse abgeleitet ist. Die Landwirte können dann entscheiden, welche Mengen sie in welchen Monaten absichern wollen. Und wir führen die Absicherung dann für die Landwirte an der Börse durch. Die Mitarbeiter sind natürlich entscheidend für unser Unternehmen. Die Landwirte liefern die Milch, die Mitarbeiter verarbeiten die Milch. Und nur zusammen können wir erfolgreich sein. Ich denke, wir werden in der Zukunft auch weiterhin vorne dabei sein, wenn wir weiterhin zu flexibel arbeiten und innovative Produkte entwickeln. Mein Name ist Frank Petersen, ich bin 55 Jahre alt und Aufsichtsratsvorsitzender der Ausdauer Hohosamer Meierei Witz vor DG.